Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Token Mirage Sessions. Ich bin es, euer MC Mafix. Beim letzten Mal haben wir zwei Side-Sorys mit der guten Ellie gemacht. Die Ellie hat jetzt hier offiziell, also einmal haben wir ein wiederholtes Date gehabt. Wir haben hier nochmal alle Schauplätze abgesucht, wo wir unser erstes Date in Spee mit der guten Ellie hatten. Und wir haben hier nochmal geholfen, hier ihre Filmrolle wirklich richtig zu erleben. Ihr seht es da auch, wenn, schade, dass ich nicht ranzoomen kann. Da ist jetzt hier ein toller Dämonen- und Totenjäger, wie auch immer, in ihrer Show. Und die Ellie fährt nun offiziell nach Hollywood. Sie hat sich hier entschlossen, ein großer Filmzer zu werden und ist nun sicherer als jemals zuvor. Wir tun jetzt noch kurz einen Radiant-Skill mit ihr fusionieren und da würde ich sagen, hält sie auch nichts mehr davon ab, ihren Traum zu füllen. Aber ich hoffe, Ellie verlässt uns denn nicht. Die kann uns nicht einfach verlassen. Das wäre eine Tragödie, Mann. Und immer die Charaktere, die ich immer hochlevel und die ich mag, die verlassen mich. Leute, sei es Kratos, sei es Elvin. Das typische Tales-Syndrom kommt schon wieder. Door of Departure. I know I'll reach my dream. A Radiant-Skill, der gewisse neue Möglichkeiten in Eleonora, Yamizuru. Ellie, du kannst mich doch nicht einfach verlassen. Und Assassin, Mann. Tu auch nicht. Wie? Wie? Wasen das? Was ist die Zin? Was ist die Zin? Was ist die Zin? Was ist die Zin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 感謝してる 五月にも あなたにも ああ エリーくん 大げさね まあ 特に心配していない エリーくんが泥臭く頑張っている姿を 私はちゃんと見ていたんだ ビオール 万事 貴族的にやりたまえ うん ハリウッド的にやるよ あくまでそこを譲らないか うん ハリウッド的にやるよ あくまでそこを譲らないか Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......